Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy IV. Wir sind wieder in Baron, nachdem wir gleich zwei Leute verloren haben. Sid und Young. Mehr möchte ich dazu gerade nicht sagen. Was ich genau hier machen soll? Keine Ahnung. Weil hier ist ja niemand mehr. König gibt's ja keinen mehr. Oh ja, ja. Ja. Oh, großartig, na, das bringt nichts. Oh. Was ist denn kein Ding mehr da? Oh man. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Das Schloss hier überhaupt rein oder die Stadt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Äther, Äther, Einhorn, Phönixfeder, Einhorn, Phönixfeder. Vielen Dank mal noch für die Kisten. Oh Mann. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss, ne? Hat das jetzt nicht eine Tochter oder sowas? Ich nehme mal noch Kisten rum, Hermesstiefel, Bacchuswein, nochmal Bacchuswein, nochmal Hermesstiefel. Jetzt ist der Sessel. Mein König? Leise zum Land der Beschwörbaren Und Gehriher zurück Dann werde auch ich dir beistehen können Mein König Ähm Beschwörbar, wie soll ich denn da hinkommen? High-Posion, nochmal High-Posion Äther Zelte, okay Also es war jetzt mal Zeug, was wir noch hätten einsammeln können Oder jetzt einsammeln können, keine Ahnung Äh, ja Dann gehen wir mal in die Stadt Äh, ja ich glaube Sid hatte ja dort ne Tochter oder so, ne Da war doch irgendwas Oder war, ne, Rosa ist doch Sid's Tochter, oder? Aber ich hab das schon wieder alles vergessen Oh je Das macht die ganze Sache nur tragischer Warum wollte ich dieses Spiel jemals spielen? Warum? Warum? Rodriguez E詐欺 2 2 3 3 Gotta brauch 2 5 6 6 Das muss jetzt sein. Anders erträgt man den Frust nicht. Da hing es nur ins Wasser. Da wollte ich aber nicht hin. Warum soll ich denn nach Beren gehen? Diesen König da anzutreffen oder was? Aber wie komme ich denn ins Land beschwörbar an? Ah ne, das ist jetzt auch da. Aber ich kann mit ihr nicht wirklich interagieren. Ja gut. Ich würde sie eigentlich noch nicht antun wollen. Man hätte Sid nicht einfach wieder in die Gruppe kommen können. Er hätte doch die Granate auch einfach aus dem Schiff werfen können. Was soll denn das? Wo muss ich denn jetzt genau hin? Pfff. Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht nochmal Lilian auftauchen und mich einfach ins Land der Beschwörbar anbringen oder so? Geht das denn nicht? Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wenn wir runter zur Insel fliegen, wo der Turm raustragt, aber wenn es was bringt? Hier ragt der Turm in der Oberwelt raus. Das hat man ja schon mal festgestellt, aber hier ist nix. Da muss es wohl den Bergen doch noch was geben. Und das kannst du mir gerade nicht erklären. Ah, ich werde es doch auch nicht. Ich werde es doch auch nicht. Das ist jetzt Werkstatt, weil er doch hier drückt. Oh. Das ist der Kerker. Das ist leer. Na dann. Brauchen wir uns um den hier mal keine Gedanken machen, ne? Oh Mann. Ja, ich bin am lieb. So, Cecil, der König ist tot. Keiner als ihr ist als Nachfolger. Ja, ja. Da können wir uns später kommen. Also hier ist der Luftdürfel an dem Platz gewesen, ne? Das ist Cecils Turm, oder? Der Bestturm. Warum? Das Bett. Mein Zimmer. Oder? Oh, ich war schon lange nicht mehr drin. Ja. Nein, ich will jetzt nicht schlafen. Wie ist das aufregend, das Ganze hier? Ah, das wird ein Suchpart. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was ich machen muss. Ich hab keine Ahnung. Hier war der Kerker. Oh Mann. Noch ne Typer. Achso, da geht's zurück. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Das sind die Weißmagier und auf der anderen Seite waren glaube ich Schwarzmagier, oder? Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich weiß nicht. Was muss ich machen? Ich weiß nicht. Das ist die Weißmagier. Das ist die Weißmagier. ein bisschen ratlos hier werden wir sehen Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, ich habe keine Ahnung mehr. Ah, ich habe keine Ahnung mehr. Oh ist hier irgendwas hallo das war die münzburg wie soll ich euch dabei bringen, was hier angetan hat? hier gibt es auch noch Schätze, aber ist egal das ist heiteres Omea ihren Rad so, da war ja noch eine Insel, ne? oh da unten ist ja die da unten ist ja eine Info mit, äh aber ich komm mit dem Teil ja nicht hin hier war ja, das war ja, genau da im Kern, wo Edward war das liegt ja nur noch in Trümmern aber ich Resources Apropos Edward, das wäre jetzt das einzige was man noch machen könnte ist bei dem vorbeischauen im Grundsten, keine Ahnung, muss ich mir was überlegen wo ich noch hingehen könnte. Auf Erzeihung, könntest du mal bitte anhalten, ich will aussteigen, hallo, geht doch. Wieder die Enterprise, gehen wir dahinter in das Schloß, Edward zuletzt gekommen, und zwar hier. Oh, ja genau. Der ist immer noch hier. Ne, also der auch nicht, äh, ja Leute, dann bin ich überfragt. Ich weiß absolut nicht, wo ich hin soll. Äh, ja, keine Ahnung. Wir sind jetzt 20 Minuten hier rumgerannt, haben nichts gefunden, außer diesen einen Hinweis mit der Höhle dahinten, äh, wo, aber, ja, müssen wir mal schauen. Äh, an dieser Stelle beende ich jetzt einfach mal den Part. Ich bedanke mich fürs Zubrinnen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Onir. Ich bedanke mich fürs Zubrinnen und danke schön, bis zum nächsten Mal.